Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem Special für 25 Abos. Erstmal danke dafür. Ich werde heute mal ein Spiel vorstellen. Also wir werden das mal testen. Und dazu habe ich mir Hilfe geholt, nämlich mein Freund Malte. Ja, hallo. Du wolltest jetzt erstmal ins Spiel reinkommen, oder? Ja. Um kurz zu erwähnen, wir spielen auf dem Server. Runja Welles Chain, das ist der deutsche RP-Server. Genau, das ist der. Hier. Da habe ich auch einen Charakter drauf. Können wir das mal auswählen. So, anwählen wir mit dem Server. Ja, was wir heute machen werden, ist einmal nur, wir werden ein bisschen PvP spielen. Einerseits macht das Spaß, andererseits kann man dabei gut reden. Besser, als wenn man die ganze Zeit Quests und Gespräche hat. Und wir werden euch ein bisschen über das Spiel erzählen. Und dann auch darüber, dass wir zusammen ein Let's Play Together starten werden. Aber darüber mehr. Werden wir gleich erfahren? Genau so. Dann hätte ich... So, da sind wir wieder. In-game. Ich habe nämlich schon einen 24-SIM-Krieger, ich habe so ein bisschen gespielt. Ja, der Juggernaut. Wir werden auch später ein neues Let's Play damit schon machen. Und jetzt... Dazu direkt erstmal was zu dem Let's Play. Ja, ich muss jetzt diesmal leider mit meinem Hexer spielen. Oh, danke sehr. Wir werden das Let's Play Together sehr wahrscheinlich machen. Gucken, wie es bei euch ankommt. Ihr habt jetzt die Zeit, euch in den Kommentaren eure Wünsche zu schreiben. Ob ich es machen soll oder nicht. Oder noch bei jemand anders noch. Oder den, den ihr kennt. Ja, was ich mir jetzt noch überlegt hatte, muss ich gucken, ob du das jetzt auch gut findest, ist, dass ihr... Ich werde ja jetzt erstmal in diesen paar BVP-Runden, die wir jetzt einfach machen, noch mal ein bisschen über die verschiedenen Klassen- und Fähigkeiten informieren, weil ich mich da ehrlich gesagt besser auskenne als der kleine Gero hier. Der kleine Gero, ja, genau. Und dann hätte ich gesagt, dass ihr einfach mal in die Kommentare schreibt, was der Gero für eine Klasse machen soll, was für eine Erweiterung ihr dann nehmen soll. Also es gibt eben dann immer zwei Klassen-Erweiterungen, worauf er skillen soll und so weiter und so fort. Aber erstmal vor allem, welche Klasse. Ich werde dann wahrscheinlich eine nehmen, die auf demselben Planeten startet, obwohl ich meine Favoriten schon habe. Gut, dann hätte ich gesagt, ähm, Gero, stoppst noch einmal die Aufnahme und wir sehen uns dann kurz vor der BVP-Runde wieder. Jupp. Bis dann. Jo, Leute, herzlich willkommen zu der ersten BVP-Runde, wo wir jetzt halt so ein bisschen quatschen. Ähm, das hier ist die schlechteste Version, die wir kennen, die wir nicht mehr kennen. Ja, zumindest sind wir in dieser Version einfach nur scheiße. Und wir haben gerade ein Level 17, soll eine älteren. Wir sind ziemlich unterlevelt, sagen wir einfach, ähm, ich hätte gesagt, dass wir jetzt einfach spielen und quatschen. Ähm, als erstes hätte ich gesagt, reden wir mal ein bisschen über das PvP allgemein, weil wir gerade am PvP sind. Ähm, PvP machen kann man ab Stufe 10, sobald man seinen Planeten verlassen hat. Ich würde es euch nicht empfehlen. Es macht zwar so viel Spaß, aber als Stufe 10er hat man einfach den Nachteil, dass man noch nicht so viele Fähigkeiten hat. Deswegen bin ich auch ein bisschen, wirklich, weil ich eigentlich mein Level am 30er Agenten nehmen würde. Das geht jetzt hier nun mal leider nicht. Naja, also, PvP ist eigentlich ganz leicht, man listet sich, hat eine begrenzte Anzahl pro Spiel, ähm, pro Woche. Und es geht erst ab Stufe 10. Das heißt, er hat... Ja, das hatte ich schon gesagt. Es sei denn, man ist eben Abonnent. Wenn man Abonnent ist, geht das auch schon eher. Ja, sonst ist es ein bisschen doof. Ja, los, greif sie an, Gero. Ja, okay. Ich weiß, wir werden das sowieso verlieren, aber... Das tut man jetzt einfach mal nicht, weil wir gerade Leute sind. Ich bin bis ganz, ich brauche zum Spaß dienen. Also, ich bin immer noch ein bisschen interessiert. Ja, also, ich bin direkt erst mal tot. Und wie gesagt, ja, das ist, geht so, ähm, es geht über drei Runden. Wenn man einmal gestorben ist, dann wird man nicht wieder gelegt, so, also, in, so, so, nicht so, wie wir in Minecraft, oder so. Wer ist ein guter Faulwurmkiller? Dieser Frosch und da! Ja, und wir sind in dieser PvP-Art eben extremst schlecht, ist leider so. Noch nichts dagegen gesagt. Ähm, ja, PvP, man hat eben, dieser Faulwurmkiller, äh, bestimmte Menge an, äh, nur an PvP, die man die Woche machen kann, es sei man ist Abonnent, dafür muss man aber leider bezahlen. Das Spiel allgemein erstmal ist Free-to-Play, das könnt ihr nicht einfach runterladen. Es gibt auch manchmal ein paar Updates, die, äh, machen müssen, es würde ich raten, das über Nacht zu machen, weil, das dauert eine Zeit. Das dauert, also, wenn ihr nicht gerade die beste, beste Internetverbindung habt, dann dauert das wirklich ein bisschen. Ja, wenn ihr jetzt 100.000 oder noch 50.000er Leitung habt, dann ist das... Ja, jetzt wollen wir nicht übertreiben. Also PvP, allgemein, macht so viel Spaß, wenn ihr hier mal, wenn einer von euch das Spiel spielt auf unserem Server, ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt gerne anschreiben, irgendwie auf YouTube oder Skype, ich glaube, da hat er auch seinen Preis gegeben. Ähm, einfach mal anschreiben, wir würden gerne mit euch mal PvP machen, überhaupt kein Problem. Ja, würde gerne machen. Ich habe gerade ein Problem, ich habe gerade zwei Gegner gegen mich. Würde es mal. Der scheiß, den Film entionisiert, kommt mir weg. Ah, ja, du, ich auch. Ja, das passiert manchmal, ich würde es euch empfehlen, echt, es gibt so kleine Quickshot-Leiste sperren. Ja, das habe ich vergessen zu tun lassen. Ich glaube, was wir gerade machen, ist ziemlich scheiße, das, wenn ich jetzt ein Bild umherreden kann, um keinen Schritt zu tun. Naja, was sollst du mir stellen? Ja, ich muss nach Raios suchen, ne? Naja, richtig. Das ist bestimmt sehr wertvoll für mich. Girarder, dankt euch für eure brutalität. Ach, Quatsch, bis gleich, ne? Ja, halt, Stopp. Ähm, das war jetzt nicht kurz. So, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Runde des PvP's. Ähm... Diesmal ist es Crash-Ruttenball. Das ist so nicht wie Fußball, nur mit Händen, naja, und mit Zerschmettern und Föten und also alles, was es jetzt mag. So, diesmal informiere ich euch ein bisschen über die Klassen. Ich werde jetzt nur die dunkle Seite erzählen, weil die helle Seite das erste Scheiße... Ja, ähm, nee, das kann man sich jetzt aussuchen. Ja, kann man sich aussuchen. Aber die helle Seite hat dann eigentlich genau dasselbe wie die dunkle Seite, nur eben mit anderen Namen. Die Namen sind mir schön schlechter. Äh, ich hätte gesagt, ich informiere euch erstmal über die Klasse, die Gero gerade spielt. Der Gero spielt gerade ein Sith-Krieger. Der Krieger ist jemand, der nur Nahkampf geht. Ja, also er kann wirklich nur Nahkampf... Vielleicht direkt das Video, auch einer Feiler. Ja, er hat sich ein Lädter-Wert. Er hat dann die Möglichkeiten der Erweiterung... Was wollen die alle hier von mir? Nein, nein, gehen wir schön weg. Ähm, er hat dann... Du gehst da unten, Junge, ich bin Heiler, ich bleibe hier oben. Was willst du denn? Ich bin nicht so los. Nee. Leute. Ja, ich werd gerade was gemacht, ja... Naja, egal. Ähm, der kann eben nur Nahkampf... Au, hört auf mich abzuschießen, das macht keinen Spaß für mich. Ich kann nicht zum Beispiel auch nicht heilen. Ja, er kann sich im Kampf nicht heilen. Er kann, ähm, als Klasse hat er zur Auswahl einmal den... Auf mich abzuschießen, hab ich gesagt. Ausgezeichnet, der passt, ihr Wollwürmer. Genau, der Marodeur hat dann zwei Laserschwerter. Leute, hier heisst du doch. Ähm... Und hat die Möglichkeit einerseits... Ansonsten so reich als Hank, also als Verteidiger, mit vielen Leben und wenig... Rot... Nichts. Ähm... Nichts. Ähm... Ein reiner Damageger mit zwei Laserschwertern und mittelschwerer Rüstung. Die Ressource ist Wut, das ist eine aufbauende Ressource, das heißt, er baut sich durch seine Angriffe seine Ressource auf. Ja, was gibt's ansonsten noch zu sagen? Ah, ich bin klein, ich bin klein, ich bin klein, verdammt, ähm... Ja, ich bin der Runde, ich weiß. Ich bin nix. Ne, feiner Haken von der Juggernaut ist am Anfang, oder auch DD, der hat schwere Rüstung und ein Laserschwert und ein Schildgenerator, soweit ich weiß. Ähm, ja, die Story kann ich euch nicht so viel zu erzählen, ich hasse den Juggernaut, also den Hexer, nämlich... Ja, du hast die, dafür stirbst du. Es ist so, als wäre es irgendwie so ein Fußballspiel. Oh Junge, willst du mich verarschen? Ich werde nicht das Spiel hier. So, ich heim mich nochmal schnell. Das kann ich nämlich nur... Oh, da ist noch Pro. Leute, ihr verraten mich doch alle verarschen, oder? So, wo war ich? Ja, das war's eigentlich. Kriya, der... Sie ist rein an DD. Dann kommen wir zum Hexer, das ist, was ich gerade spiele. Hexer, ähm... Ich könnte einerseits als Fernkämpfer kommen... Können dann aber genauso gut auch... So, du stirbst jetzt erstmal... Können dann aber genauso gut eben auch, ähm, Heiler werden. Ich bin jetzt als Eiler spezialisierter. Die Vollgörner, fang den Ball ab! Werden die Frau Schunde sich dafür rächen? Ja, werden sie. So, und, ähm... Ich muss mal sterben gehen. Aber das macht er nicht. So, und Spaß. So, Barriere ist da. Sehr gut. Ähm... Ja, du kannst mich mal... Genau, gekappen. So, tschüss. Ähm... Ja, der Hexer hat... Also, der Inquisitor... Sie halten meine Klasse. Einerseits die Möglichkeit... Ich brenne, ich brenne, ich brenne... Hilf mir. Egal. Ähm... Andererseits hat er aber die Möglichkeit... Attentäter zu werden. Der Attentäter benutzt die Beschluss im Markt. Und... Davon hat er 100 Stück. Der Hexer dagegen hat... Bis zu 600. Attentäter sind Nahkämpfer, die auch mit der Lage sind, sich sichtbar zu machen. Was natürlich im Kampf ein großer Vorteil ist. So, genau. Wie... Das dritten Jahr geht. Ich muss heilen können. Ja, Barriere. Ausgezeichneter Pass der Faulwürmer! Ich muss wieder heilen gehen... Fuck. Ähm... Da... Also, irgendwie sieht man aus dem Nahkämpfer, was ich uns nicht mehr mache. Dann habe ich irgendwie... Ah... Ja, ich habe jetzt mich für den Hexer entschieden. du wirst verstehen ganz einfach weil ich los zu hatte besser gewünscht nun er war egal weißt du was ja was gibt es noch zu sagen deinem zwei Bleib stehen Lass mich in Ruhe Äh Auf Das ist voll schwer hier die ganze Zeit Irgendwie zuletzt plane und ähm Gleichzeitig sinnvoll zu reden Also Respekt an meinen Rest der Klasseierung Ja, der Hexer hat eben die Möglichkeit einmal heiler zu werden Sowohl Hexer als auch Inquisitor Äh, also Attentäter tragen leichte Rüstung Das ist natürlich nicht so gut Aber sagt, wir haben es eben einerseits den Vorteil durch die Unsichtbarkeit Beziehungsweise durch die riesige Ressourcenanzahl Äh, du bist unser Typ mit dem Ball Du wirst erstmal geheilt Sofern ich das kann Das ist den Typ mit dem Ball heilen Das ist mein Job Oh Gott, bist du unfähig Ähm, ja Dann der Agent Den Agenten spiele ich eigentlich ziemlich gerne Der Agent kann keine Zeit, der zum Saboteur werden Entschuldigung Leute Wegen der Unterbrechung Es gab da ein paar Probleme mit meinem Spiel Es ist nämlich gecrashed Ähm Das passiert ab Hier Ja, das passiert auch nur mir Ähm Ja Ähm Wir wollten halt noch so ein bisschen erzählen Noch über den Kopfgeldjäger Und noch über den Gefährten Da haben wir Ja Mehrere Sachen für Ich glaube, ich kann auch noch ein bisschen zum Gefährten erzählen Der Gefährte Kann man, ähm, auf verschiedenen Stufen bekommen Zum Beispiel habe ich jetzt hier Ja, Stufe 10 eigentlich jetzt Ja Also den ersten Tag kriegt man mit 10 Die Das Menü kann man zum Beispiel auch hier haben Hier hat man die Auswahl zwischen verschiedenen Hier ist zum Beispiel Ein Heiler Noch ein Heiler Und halt hier Ähm Ein Fernkampf Ähm Man kann Man kann sie auch verschieden ausrüsten Das heißt, man kann da auch Rüstung geben Äh Allerdings ist es keine Rüstung, die man selbst anziehen kann Manchmal ist es so Aber Ähm Hier sieht man halt Ein Wert von 50 Und 42 Im Schnitt Da kann man sich dafür, äh, noch was kaufen Zum Beispiel habe ich ihr jetzt hier zum Beispiel das hier gekauft Weil halt, äh, der Wert von 16 Das alte war, hat nicht so viel zu tun gemacht Gegen die neueren Gegner Und, ähm Man kann auch den Gefährten Äh, sich Zuneigung gewinnen Mit Geschenken Und, äh, zum Beispiel Normal Sequenzen Die Zuneigung ist je von Gefährten unterschiedlich Bei seinem Anfangsgefährten hat man, glaube ich, am Anfang 11 Wenn der dann mehr Zeit nur zu dann kriegt 17 Dann 19 Und bei meinem Agenten bin ich jetzt inzwischen bei 20 Zuneigung Oh, richtige Antwort Also dem Gefährten gefällt Wie, was ihm gefällt Das kann man unter dem Kodex nachlesen Das Ist eben Ja, kann man nachlesen Was ihm gefällt Wie man ihn ausrüsten muss Und Je mehr Zuneigung man mit dem Gefährten hat Desto mehr kann da auch passieren Das heißt, euer lieber Gero hier Mit seinem netten Charmanten Jaranoth Könnte jetzt eine Beziehung mit Vett eingehen Zum Beispiel, ja Ja Das habe ich schon mal ein bisschen eingegangen Hier sieht man zum Beispiel 3151 Zugehörnergungen von 10.000 Ähm Ich habe jetzt mal eingefährt in 8600 Ungefähr Das ist sehr viel Ähm Und er wird sie dann später auch die Möglichkeit haben Sie zu heiraten mit den Kindern zu kriegen Gut, das wird nicht gezeigt Aber das will sie unbedingt Ähm Das freut ihn natürlich Er wird auch noch eine andere Pferde dazu bekommen Zum Beispiel Die Jacer Wolves Zum Beispiel Ein Für einen Sif Sehr unglaublich cool Ähm Gefährten Aber der Gero ist ja kein gewöhnlicher Sif Da wollte ich auch noch was zu sagen Der ist ein Leitzeit Sif Man kann nämlich Bei Gesprächen Die Ausrichtung bestimmen Ob man hellseitig spielt Oder dunkle Seite spielt Das kann ich dann natürlich auch noch bestimmen Wenn ihr bestimmt Was für ein Charakter ist Männlich Weiblich Sonstiges Ähm Sonstiges Ja sonstiges Bestimmt Aber dafür braucht man sich nicht groß anstrengen Äh Bei mir sieht man zum Beispiel Ich habe zwei Äh Hell 2850 Und dunkel 500 Weil ein paar Leute haben mir nicht gefallen Die musste ich einfach umbringen Ähm Ja Ja Es klappt Also ich habe bisher Also mit dem Level 17er Hier habe ich jetzt gerade 1382 dunkle Seitepunkte Und null helle Seitepunkte Weil man merkt sich das natürlich alles wieder ganz anders aus Aber die zeige ich euch dann mal Wenden Die macht die VWP machen in dem Mitlevelgebiet Dafür müsste der Sager wollte hier noch ein paar Level aufsteigen So was wollte ich noch sagen Ja wir wollten noch zum Kopfgeldjäger sagen Den Kopfgeldjäger Den habe ich jetzt noch gar nicht wirklich gespielt Tja der kann Ja den haben wir beide nicht gespielt Ich weiß dass er die Ressource Hitze verwendet Das ist eine ganz spezielle Ressource Muss er unbedingt in die Wüste gehen Ja auf keinen Fall Ähm Und sobald diese 100% erreicht sind Muss er sich erstmal abkühlen Weil er sonst viel zu heiß ist Mal was für ein Wortspiel Ähm Ja Der Kopfgeldjäger Ich weiß gleich was der Verrüstung kriegen Ich glaube es ist auch mittelschwere Bin mir nicht ganz sicher Auf jeden Fall kann er dann im späteren Verlauf Einmal jemand mit zwei Pistolen werden Dieser jemand kann dann auch Heiler werden So viel weiß ich schon Weil ich durch solche Heiler schon überlebt habe Danke nochmal Ähm Dann kann er auch einen mit einer Pistole nur werden Der setzt dann viel auf Technik Sachen Kann glaube ich auch ein Tank werden Ist eigentlich eine ziemlich coole Sache Aber ich kann mit dem Kopfgeldjäger Und mit dem Krieger Den der Gero ja vergöttert Überhaupt nicht umgehen Ja Ja Super Ja der Gero ist verliebt in den Krieger Ja Da brauchst du gar nicht erst leugnen Das ist ähm bewiesen Ja das ist wissenschaftlich bewiesen Das ist wissenschaftlich bewiesen Da haben wir eine ähm Ja wie heißt es jetzt Analyse von machen lassen Gero ist eigentlich verliebt in den Krieger Also wenn ihm gefallen hat Erlaubt ihm noch einen Krieger zu spielen Aber mal ganz unter uns Tut's nicht Weil Er hat jetzt schon einen Krieger Er soll mal was anderes kennenlernen Meinetwegen kann er auch von der hellen Seite nehmen Da ist dann der Jedi Ritter Dasselbe wie das der Krieger Der Jedi Gelehrte Dasselbe wie der Inquisitor Kabumm Ähm Der Schmuggler Dasselbe wie der Agent Und der republikanische Soldat Dasselbe wie der Kopfgeldjäger Nur sind sie eben auf der hellen Seite Und deswegen scheiße Nein Also wir sind natürlich auf keinen Fall Hier irgendwie abweisend gegenüber irgendwelchen Äh Seiteleuten Absehen davon Dass sie irgendwelchen Regeln unterliegen Und das mag man ja nicht Aber egal Ihr entscheidet Ob er helle Seite Ausrichtung nimmt Ob er dunkle Seite Ausrichtung nimmt Ob überhaupt Über welche Seite nimmt er Soll am Ende Ich weiblich sonstiges sein Mit welchen Gefährten Ja sonstiges auf jeden Fall Äh mit welchen Gefährten Soll eine Romance eingehen Sollte Ja oder eher Das Let's Play mit mir zusammen Ihr könnt sogar Würde schreiben Welche Klasse ich nehmen soll Ich werde mal gucken Was dann noch für Kommentare steht Es wird ja wahrscheinlich Kopfgeldjäger oder Ähm Agent nehmen Ja also ich werde Weil dann sind wir Wahrscheinlich auf dem gleichen Planeten Ja also wenn der Gero jetzt zum Beispiel Ein Krieger wie er wird Hoffentlich nicht Ähm Oder der Gero jetzt ein Inquisitor wird Dann werde ich auch einen Inquisitor nehmen Einfach weil den Krieger und den Kopfgeldjäger Kann ich nicht leiden Und mit dem Inquisitor Und Agenten Mit denen kann ich gut spielen Also Wäre für mich dann schon besser Sonst bestimmt hier alles Und ja Ich muss jetzt auch leider Erstmal aufhören Ich bin sehr gespannt Was jetzt Kommentare schreibt Und der Gero Wird das Video hochladen Ähm Wann Also wir werden einmal die Woche So ein Video rausbringen Wie lange warten wir jetzt Mit dem User Voting Was wir nehmen sollen Gero Ungefähr Eine Woche Ja gut Also gucken wir dann Nächste Woche Montag mal Was ihr für Kommentare geschrieben habt Guckt es euch an Das Video Teilt es meinetwegen auch Nein wir wollen hier natürlich Jetzt nicht ähm Battlen Wenn ihr es euch angucken wollt Macht es gerne Wenn ihr das Spiel auch spielt Meldet euch Wir spielen gerne mal mit euch Eine Runde PvP Oder sonstiges Oder gegeneinander einfach mal so Als Nuell Ja das passiert Nicht gegen mich Das Spiel zu hoch für mich Das kannst du machen Wenn ich noch einen Agenten habe Dann zeige ich dir mal Oder Hammerhain Ja ist wirklich Ähm wir können auch Spächer Videos machen Zum Beispiel mal eine Flashpoint zeigen Sonst eben Planeten Story und sowas Auf jeden Fall Gezeigt wird Einmal die Woche Das rauskommen Ich glaube Donnerstag wollten wir aufnehmen Ja Donnerstag oder Montag Je nachdem wie gut das hier ankommt Vielleicht auch zweimal die Woche Ja müssen wir auch mal mal zur Winterzeit gucken Ja müssen wir gucken Also wie gesagt Schaut euch das Video an Bitte 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 Äh Nein Also schaut es euch an Wenn ihr wollt Ähm wenn ich dann Ich mach immer noch Mein Kampf Also nicht traurig sein Ja natürlich Ich mach natürlich Ich mach natürlich noch meine Also Minikraft Natürlich Minikraft Ähm Mein ELECTRO und ELECTROCRAFT Zum Beispiel Geht alles weiter Geht alles weiter Wird sich nichts ändern Und natürlich halt noch die MC Mini Games Die werde ich noch Ah Klar Das muss ja sein Das gehört ja dazu Zu mein Kopf Sonst hätte ich gesagt Ähm wenn wir dieses Special Jetzt mach ich weiß Welchen Und dann sehen uns So ein ganz normales Video Und mal am Spaß So bis dann Bis dann Bis dann